Für wie erfolgreich halten Sie Putins Versuch, Europa durch die Unterstützung nationalistischer Parteien zu destabilisieren? Das ist schwer zu sagen. Müsste man im Detail recherchieren. Der Angriff auf Europa erfolgt ja auf vielen Wegen. Das ist ja nicht nur die Unterstützung von nationalistischen Parteien. Das ist auch die Unterstützung von linksradikalen Parteien. Das ist ja sozusagen Hufeisenprinzip hoch 10. Im Prinzip unterstützt Russland jede Partei, die gegen den Status quo ist. Wenn Sie linksextreme Partei sind, dann haben Sie Chancen für eine Unterstützung aus Russland, solange Sie gegen NATO und EU sind. Und wenn Sie rechtsextreme sind oder rechtsradikale, haben Sie genauso Unterstützung. Haben Sie Chance auf Unterstützung aus Russland, wo man erwarten würde, dass das an sich ein Widerspruch ist. Nö, der unterstützt einfach beide politische Lager. Solange man dagegen ist für das, weil das so lang zu einer Destabilisierung führt. Denn je zerschrittener Europa ist, desto leichter hat Russland es, seine Dominanz in Europa zu vergrößern oder zu erreichen und seinen Machteinfluss auszuweiten. Wie erfolgreich das ist, dazu kommen ja dann noch Mediensachen. Wir reden jetzt nicht nur von RT, sondern wir reden von unzähligen kleineren Zeitungen und Blogs, die teilweise unterstützt werden. Wo es auch auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt werden können. Das ist nicht nur so, dass es irgendwelche Bestechungsgelder geben muss. Das können auch Unternehmen sein, die dort wieder Werbung schalten. Wir haben darüber schon mal in Bezug auf Taiwan gesprochen. Dass die Rotchinesen auf Taiwan Einfluss nehmen, indem sie Unternehmern, die sich für die Wiedervereinigung aussprechen, die also Taiwan dem kommunistischen China anschließen wollen, dass diese Unternehmer halt dann gerne auf dem Festland lukrativer Aufträge bekommen. Das ist keine nachweisbare Bestechung, denn solange man dem nicht nachweisen kann, dass er einen Vertrag geschlossen hat mit der kommunistischen Partei, dass er dieses und jenes bekommt dafür, dass er das und das tut, dürfte das auch kein Verrat sein. Das ist ja Meinungsfreiheit, also darf er dafür einstehen. Und dass er halt dann zufällig ein paar Staatsaufträge bekommt, ist halt ein glücklicher Zufall. Und dieses Prinzip werden die Russen ganz genauso anwenden. Das heißt, wenn wir eine kleinere Zeitung haben, die sich sehr russlandfreundlich äußert, dann können wir damit rechnen, dass die Werbeanzeigen danach halt häufiger werden vielleicht. Und vor allem von Unternehmen, deren Inhaber vielleicht Russe ist, wo das Unternehmen in Russland Geschäfte hat und so weiter und so fort. Sie verstehen, wie ich es meine. Wo es über direkte oder indirekte Art und Weise ebenfalls wieder Unterstützung aus Russland kommt. Dann haben wir die Trollfabriken, dann haben wir Einflussagenten, die aus Überzeugung oder durch Bezahlung Unterstützung betreiben. Also Russland führt einen Informationskrieg gegen den Westen seit Jahrzehnten. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass der Informationskrieg zu keinem Zeitpunkt aufgehört hätte. Es gibt ja sogar, ich will nicht despektierlich sein, unsere Verschwörungstheorien nennen, wobei das die Theorie einer Verschwörung ist. Nämlich es gibt sogar eine Verschwörungstheorie, dass dies erneut, ich mache mir die nicht zu eigen und ich will gleichzeitig auch nicht despektierlich sein. Aber es gibt die Verschwörungstheorie, dass das Ende der Sowjetunion bewusst von den Kommunisten herbeigeführt wurde, als großer Plan, weil dieser Zusammenbruch der Sowjetunion den Rest so korrumpieren würde, dass man anschließend dann den Weltkommunismus aufbauen könnte. Klingt komplett absurd, klingt eindeutig komplett absurd, aber selbst solche Theorien gibt es. Und dass die Russen daran arbeiten, in dem Moment, wo Russland klar ist in Europa, wird dadurch, dass die Sowjetunion vorbei ist, wird jetzt nicht Russland in Europa die USA setzen. Es gab ja wohl den Vorschlag von Yelzin. Yelzin hat gesagt, die USA, jetzt ist der kalte Krieg vorbei, wenn ihr wollt, so USA, so im Sinne, Amis, wir übernehmen jetzt einfach eure Rolle für Europa. Wir können ja jetzt Europa militärisch beschützen. Wenn in dem Moment, wo sich die Hoffnungen, dass der Umstand, dass der kalte Krieg vorbei ist, sich die Amerikaner aus Europa zurückziehen und ganz Europa in den russischen Schoß fällt, in dem Moment, wo die sich nicht erfüllt haben, war es ab dann ja wieder ein Interesse der Russen, den Westen Europas, den Rest Europas zu destabilisieren. Denn Russland ist ein starkes Land. Da braucht man uns nichts vorzumachen. Aber es ist eben nicht stark genug, um Europa vollends zu dominieren. Erst recht nicht um ein geeintes Europa. Aber wenn die Europäer wieder anfangen, untereinander zu streiten wie die Wahnsinnigen, wenn sie sich nicht einig sind, wenn sie Wirtschaftskriege gegeneinander führen, statt zusammenzuarbeiten, wenn sie in Innen- und Außenpolitik sich aufeinander richten, nicht gemeinsam nach außen. Je mehr das zerstritten ist, desto leichter ist es natürlich für Russland Einfluss zu nehmen und einzelne Staaten aus dem westlichen Bündnis herauszubrechen. Und dass daher das im grundlegenden russischen Interesse ist, auch nachvollziehbar im russischen Interesse ist, die EU zu destabilisieren, die NATO zu destabilisieren. Denn in dem Moment, wo man sich von Westen abgewendet hat, wo man gemerkt hat, der Westen fällt uns jetzt nicht in den Schoß, muss man ja damit leben, dass der Westen, man einen vielleicht als größeren Juniorpartner aufnehmen wird, aber bestenfalls als das. So vielleicht auf deutscher Augenhöhe, aber eben nicht auf amerikanischer. Und wenn einem das im russischen Selbstverständnis nicht passt, dann muss man sich dagegenstellen und man wird nur Chancen haben, wenn man den Westen destabilisiert. Und dass es eine Destabilisierungskampagne gibt, das ist unzweifelhaft. Und die bezieht sich weit über mögliche Unterstützung von Rassom Le Mans National, von der Liga Nord oder der Lega, von möglicherweise AfD oder auch Bündnis Sarah Wagenknecht und so weiter. Dort hören wir, ich habe einen Freund von mir zu trocken geschrieben, was sind eigentlich die Unterschiede von Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD. Erneut, ich will innenpolitisch mich nicht zu sehr äußern, aber außenpolitisch scheinen die doch ein Stück weit näher beieinander zu sein, als man es von den zwei politischen Rändern jetzt ohne Hofeisentheorie erwarten würde. Und das heißt, es ist im russischen Interesse, all solche zu schützen, all solche zu unterstützen. Denn je mehr wir uns von Amerika abwenden, desto leichter haben es die Russen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.